Hey Leute, in diesem Video schauen wir uns die aktuell besten Standmixer an, welche es derzeit zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Um euch nicht lange auf die Folter zu spannen, stellen wir euch unseren Testsieger und persönlichen Favoriten direkt als erstes vor. Kein Wunder, dass sich der Philips ProBlend Standmixer den heutigen Testsieg schnappt. Mit seinen gigantischen 35.000 Umdrehungen pro Minute gehört er eindeutig in die Kategorie Hochleistungsmixer. Doch der Mixer hat nicht nur Power, er bietet dir auch eine einfache Bedienung und eine robuste Qualität. Der Philips Mixer passt zu dir, wenn du häufig Smoothies mixt und auch harte Zutaten wie Nüsse oder Eiswürfel verarbeiten willst. Das gute Mixergebnis geht sicher auf die Kappe der scharfen, versetzt angeordneten 6 Messer zurück, welche durch ganze 1400 Watt befeuert werden. Beim Philips Standmixer stehen dir zwei automatische Programme zur Verfügung. Eins für Crushed Ice und eins für Smoothies. Die Programme wählst du ganz simpel auf dem Bedienfeld an der Front aus. Außerdem gibt es die Pulse-Stufe, mit der du für wenige Sekunden mit größter Power mixen kannst. Damit umfasst der Philips ProBlend die wichtigsten Funktionen, die du brauchst, wenn du Smoothies, Shakes oder Cocktails mixen willst. Mit stolzen 4,4 von 5 möglichen Sternen erhält der Philips ProBlend überwiegend Top-Bewertungen. Und das bei über 900 Bewertungen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir zu unserem nächsten Favoriten in dieser Reihe, dem Russell Hobbs Standmixer. Nicht von ungefähr vergeben wir dem Russell Hobbs Standmixer den Titel Preis-Leistungstest-Sieger. Der Smoothie-Mixer zaubert hervorragend leckere Smoothies und cremige Shakes. In der Zubereitung ist er sehr zuverlässig und liefert durchweg gute Qualität. Die anschließende Reinigung ist einfach und problemlos, sowohl in der Spülmaschine als natürlich auch von Hand möglich. In puncto Benutzerfreundlichkeit erhält der Russell Hobbs extrem gute Bewertungen. Die Bedienung über nur einen Drehknopf ist ausgesprochen übersichtlich und simpel, sodass auch absolute Anfänger innerhalb kürzester Zeit mit dem Smoothie-Mixer umgehen können. Die Leistung von 600 Watt sind perfekt zum Zerkleinern von gefrorenen oder frischem Obst geeignet. Auch Eiswürfel werden zuverlässig verarbeitet. Besonders praktisch ist die kleine Einfüllöffnung im Deckel, durch die man beim Mixen leicht Zutaten, Flüssigkeit oder Gewürze nachfüllen kann. Der Smoothie-Mixer ist also in seinem Gesamtpaket absolut zu empfehlen. Mit starken 4,2 von 5 möglichen Sternen sucht dieser Kandidat seinesgleichen. Diese Meinung teilen über 2.800 Top-Bewerter. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Zu guter Letzt kommen wir zu dem Standmixer aus dem Hause Bosch. Der Bosch-Standmixer Silent Mix Pro sticht durch seinen ungewöhnlichen sechseckigen Mixbehälter aus dem Testfeld heraus. Und der ist auch noch extra groß. Ganze 2,3 Liter passen hinein. Da kannst du problemlos den ganzen Haushalt mit Fruchtdrinks oder Milchshakes versorgen. Beeindruckende 17 manuelle Geschwindigkeiten stehen dir zur Verfügung. Außerdem gibt es Programme für Smoothies, Icecrushen, Highspeed und die Pulse-Taste. Ob früh oder spätabends, benutze den Mixer wann du willst. Der Silent Mix Pro ist der leiseste Power-Mixer von Bosch. Sein innovatives Noise-Reduction-System steht für hocheffiziente und geräuscharme Leistung. Der Bosch-Standmixer glänzt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Verarbeitungsqualität des Gerätes ist Bosch-typisch hochwertig und die Bedienung geht kinderleicht von der Hand. Wer auf einen Glasbehälter Wert legt, bekommt hier eine sehr stabile und temperaturunempfindliche Variante aus Borosilikatglas. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du würdest mir enorm helfen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Welcher ist dein persönlicher Favorit?